... verschiedene Ausstattungen, die wir jetzt mit haben. Sie werden ja nicht angesagt, siehst du, dass du die Tuner auswählen möchtest. Aber jetzt hol dir erstmal deinen Straßenflipsel. Warten mit Straßenausstattung sind kaum modifiziert. Sie sind für Renten auf normalen Straßen ausgeliefert. Die typische Fahrt sind Schleuderheben. Geht es um Fahrtenkler durchs Land, solltest du die Straßenausstattung wählen. Okay.